Die Amateur-Tunde-Specials 2017 sind eröffnet, meine sehr verehrten Damen und Herren, und haben schon die erste Siegerin. Und es freut uns besonders, die Siegerin kommt aus Österreich. Michelle, Gratulation zu deinem famosen Sieg in der Öffnungsprüfung, die war im 1,20 Meter mit deinem Klaus. Wie war die Runde heute für dich? Ja, es war sehr schön zu reiten, der war kur. Und auch mein Pferd sprang echt toll. Ja, super. Du hast ja Klaus ganz, ganz zum Schluss jetzt noch auf die Liste setzen lassen. Der war eigentlich zuerst gar nicht geplant. Hattest du einfach dann ein besseres Gefühl, dass du ihn mitgenommen hast? Ja, das war echt wirklich gar nicht geplant. Aber das andere Pferd hat sich dann ein wenig verletzt und der ist noch nie so hoch gegangen. Und dann habe ich dann einfach Klaus mitgenommen. Jetzt seid ihr vier Mädels. Noelle, Naomi, Michelle und die erfahrensten Denise. Also viermal rot bei den Amateur-Junior-Specials. Wie sieht es aus? Was habt ihr eigentlich noch vor? Ja, auf jeden Fall wollen wir alle gute Ergebnisse erzielen, international sowie national. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Ja, das hat man auch am vergangenen Wochenende gesehen mit den Ergebnissen von Denise, die den großen Preis gewonnen hat. Kannst du deiner Schwester, glaube ich, heute auch nochmal einen Sieg zutrauen? Ja, auf jeden Fall, weil sie hat super Pferde, sie reitet super. Auf jeden Fall, ja. Dann wünschen wir dir und deinen drei Geschwistern toi, 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 dass du schöne Tage hattest in Landbrechtshausen. Danke. 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 Danke.